Schönen guten Abend, liebe YouTube-Freunde, willkommen hier zurück zu einer weiteren Party von Let's Play. Nein, keine Partys, sondern Partys gibt es woanders und nicht hier in diesem Scheiß Spiel. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen erschrocken und hasst nicht gesehen und haben viele Todeleihen gesehen. Ganz am Ende kam eine kleine Action... ein kleines Action-Szenario. Ich habe Angst. Das gewiss, weil ich habe wirklich verdammt viel Respekt von diesem Game. Ich weiß gerade auch nicht, wo wir rum sind. Schauen wir einfach... Entschuldigung. Au, Arsch. Ey, Murat. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pögo bestimmt. Nein, ich wollte dich doch anschauen. Nein, ich wollte dich doch anschauen. Nein, ich wollte dich doch anschauen. Okay. Dann gehen wir mal da oben rum, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr überhaupt noch mal hier einschaltet. Das freut mich, dass irgendwas... Uh, da ist irgendwas versteckt. Oh Mann, schade. Da geht's auch entlang, aber wir holen jetzt erstmal einen Snickers. Das ist auch Fizzi Kudo mit... Schau, das ist Späzi... Ne, doch, Späzi. Das ist mehr wie Späzi, oder? Fizzi Kule oder Kelle. Checkpoint mit gespeichert. Dich haben wir getötet? Wow. Klub. Waren wir da schon? Wir haben da wohl alles auseinandergenommen. Wow. Ich werde... Au! 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 Soll ich nochmal zurückgehen? Ach ja. Ach man, schade. Aber wir gehen nochmal kurz zurück. Zeit, Blubber. Können wir dann eigentlich auch nochmal benutzen für unsere actionreichen Shooter. Flammen. Ih. Ich will auf die Gegend die Warte. Macht voll Spaß. So. Maschinenpistole haben wir die schon gehabt. Was ist die besser? Die schaut, sagen wir mal, besser aus. Finde ich. Und wir müssen uns mal kurz heilen. Ist ja jemand. So. Wir wollten ja jetzt entweder da runter oder zu dieser Tür vorhin. Die perversen Schweine. Du ekelhafte Sau. Da ist nichts. Oh. Ach nee, da geht's ja... Okay. Warte. Da geht's auch irgendwo hin. Ja, ich meine, da geht's zu den einen, zu einer kleinen Spritzpistole. Aber da geht's auch irgendwo hin. Situation. Pax and Faddle und Replikanten-Streitkräfte setzen ihren geordneten Rückzug aus der Soul Survivor-Kläranlage fort. Nachdem der Fee-Einsatz-Agent ein weiteres vom Feldhilfsopfern auswinden gemacht hatte, neutralisierte er Nachguteinheit der Replikanten und setzte die Verfolgung der sich zurückziehenden feindlichen Streitkräfte fort. Das heißt, es kommt sehr viel Action auf uns zu. Das sind wir dann schon noch, also das sind wir schon weiter als geplant. Ich wollte eigentlich noch in den anderen Weg gehen. Kann ich da eigentlich wieder zurück? Ich glaube nicht, ne? Voll der A-Arm ist. Geht's denn da schon, denn? Alle meine End... Was hast du da hingestellt? Minen, du Gollum! Du... Oh, nee, ey. Das ist noch nie wahr. Ui. Herflex da war verstärkt. Checkpoint wird gespeichert. Ich habe das A-F-Druck, um aufzuheben. 10 Millimeter. Hab ich doch schon. Mach mir die halt einfach kaputt. Öpsi. Netzer? Äh, heben wir mal. Gib her. Habe ich schon zu viel dafür. Dann gehen wir halt mal runterwärts. Shoot, ich habe Jakobski-Signal verloren. Vielleicht ist seine Ausrüstung beschädigt. Vielleicht. Feuerwehr und Rettungsteams sind da. Wenn das Feuer unter Kontrolle ist, durchsuchen wir die Trümmer. Das sollen die anderen erledigen. Ich brauche sie hier, um Armecum zu stürmen, sobald die Anlage gesichert ist. Roger. Roger. Oh, Z. Keine Mitteilung, keine Mitteilung. Ich will nur Z. Ich will keine Mitteilung, ich will nur Z. Wir haben noch neuen Medi-Kids. Und ich will hier Ratte. Sie war schön. Warum zerfetzt sie sich nicht mehr in 2000 Papierstücke? Da gibt es viel zu viele Mäuse. Und Ratten. Oh! Was bist du, alter Verwalt? Alter Scheiße. Oh. Alter. Wie schnell ist das Scheißteil dann? Was war das jetzt? Ist das noch normal? Ist das noch normal? Sagt mir nicht, dass das noch normal ist. Iiii. Hier verkrüppelt. Uah. Oh mein Gott. Wir haben die ganzen Leute auf uns geht es jetzt. Der Alarm ist jetzt eingeschaltet. Der Alarm ist jetzt eingeschaltet. Wow, Entschuldigung, ich wollte nicht schießen. Sollen wir jetzt hoch oder? Ich weiß nicht. Wo geht es da nach oben? Gehen wir einfach mal hoch. Ah, okay. Von da unten kamen wir vorhin. Hier geht es wiederum wieder nicht durch. Aber wir haben hier nochmal gesondert. Dauerhaft. Ich wollte eigentlich nur die Tür öffnen und hab nur geschaut, ob hinter mir irgendwer lauert. Aber das scheint wohl nie so. Ja, ich komme schon. Aber was war denn das? War das ein... Vibe? Gerade eben. Hä? Wo kommen wir jetzt her? Alter, Spack nicht. Ah, okay. Alter. Hör mal auf zu ruckeln. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird... Warte, war das was? Nee. Waren wir da nicht schon? Hä? Warte mal. Ach ja, wir müssen da entlang. Wir müssen hier rum. Dann sind wir wieder hier. Dann sind wir... dort entlang. Coole Waffe übrigens. Und sind dann dort hoch. Also hier oben gibt es irgendwie nur scheiße. Und gehen dann einfach mal da entlang. Oder ist es ja... Das ist hier ja schon wieder. Das ist ein Kreis. Ah, wir laufen da in den Kreis. Das ist hier so kreislich. Ah, da geht's hoch. Ah, da haben wir das komische Ding. Da kommen wir wohl nicht durch, oder? Oh, jetzt doch. Hallo? Hallo? Ja, das stimmt. So, der Checkpoint wird gespeichert. Und für mich heiße ich jetzt das. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt mit Let's Play 4. Seid dabei. Ciao. Vielen Dank.